Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rambo's Siege und zwar spielen wir jetzt die dritte Mission und los geht's. Du musst einen Eingang wählen, bei dem du möglichst wenig Feinfeuer ausgesetzt bist und dir die Zeit für das Erreichen und Entschärfen der Bombe minimiert. Das Seil ist der schnellste Weg, um das Gebäude zu durchklären, denn so darfst du Korridore und Tritten umgehen. Sobald du das Ziel erreichst, musst du eine Bombe entschärfen, die mit einer unbekannten Chemikalie gefüllt ist. Wir haben dich mit einem Entschärfer ausgerüstet. Platziere ihn bei der Bombe, um das Signal zu stören. Schütze den Entschärfer, während er den Vorgang abschließt. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Eure Mission lokalisiert. So kann ich da nicht weiter, das wüsste ich nicht. Ich habe einen Schrauben, ich habe einen Schrauben. Oh shit. Alter, das ist... Nein, da ist auch noch einer. Alter, ich sehe da überhaupt nichts. Alter. 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 Was ist das? Was ist das? Oh nice, jetzt kann man auch die Ecke nehmen Scheiße So erneut nochmal versuchen Noch einen Versuch Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden Ok, von hier war das ziemlich nicht so gut Ich denke mal wir gehen einfach hier rein Da war ja schon wieder einer Und jetzt wieder zu uns Soll es das nicht so gut Wie geht es jetzt? Wie geht es jetzt? Wir sehen uns jetzt noch mal Wir sehen uns dann auch wieder Vielen Dank. Ich komme hier nie durch, das ist das Problem. Oh, scheiße. Ich komme hier. Ich komme hier raus. Ich komme hier raus. Entschärfer auf Position. Gegenfeindliche Aktionen verteidigen. Oh, fuck. Die Bombe ist in 30 Sekunden entschärft. 15 Sekunden noch. Ja, ist richtig mit so einem verkackten Schild. Oh, nice. So, Stufe 4 erreicht. Auf jeden Fall spielen wir jetzt noch die vierte Mission. Flugzeuge sind schon lange Ziele für Terrorangriffe. Die Mobilität und der öffentliche Charakter eines Angriffs gegen zufällige Opfer reizen Organisationen, die sich einen Namen machen möchten. Bei einem Erfolg kann so ein Angriff ihre Sache bekannt machen und die Mitgliederrekrutierung steigern. Bei Angriffen auf Verkehrsmittel gibt es sehr wenig Deckung und kaum Fluchtwege. Der FBI-Sword-Operator Ash wird in dieser Situation eingesetzt. Mit ihren Durchbruchs beschossen kannst du aggressiv Schusslinien unter Kontrolle bringen. Die Terroristen eliminieren. Die Terroristen eliminieren. Die Terroristen bezahlen. Die Terroristen bezahlen. 4-4-4-9-4-4-4-4-4-5-0-7-4-4-6-4-4-4-6-4-4-4-4-5-7-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-7-7-7-6-7-7. Das wird der Terroristen beim Angriffen. Ja, ich würde drinnen, zurückstecken. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Acht Feinde noch. Ich glaube, die sind alle oben. Ich glaube, die sind alle oben. So, jetzt müsste ich irgendwie in den... Ich habe da vorher eine Leiter gesehen. Ja, eine Leiter, eine Treppe meine ich. Okay. 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 siehste Tests habe ich gesucht den Weg 3 Feinde sind übrig eigener Druck hat Gegner eliminiert ja wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch einen Daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dahin viel Spaß Ciao